ja hallo zusammen zur dienstag folge von titan quest mit dem mit der mod mod plus wobei ich eine ersten aufnahme in der mutters folge ehrlich gesagt nicht viel von mitbekommen habe dass ich jetzt hier technisch so irre viel getan hat das einzige was getan hat ist dass sie irgendwie mehr weiße teile gefunden habe das war es dann aber auch bisher ist es nicht so der bringer und ich bin einmal gestorben aus eigener dummheit dazu sagen ich mich mal wieder völlig überschätzt passiert schon mal ja schau mal einfach mal einmal weiß zweimal rot das ist ja mal ein burner hallo wird kalt kann man da oben auch lange ich weiß es gerade nicht wir gehen erst mal hier lang ja ja habe ich da etwas weißes aufgenommen ich glaube ja dinge die die welt nicht braucht ja die tage soll ja irgendwie so ein action rollenspiel im stile von so ein bisschen mit secret vibes kommen ich weiß ich zurzeit kommen keine sek wird folgen aber ich habe auch aktuell keine lust irgendwie sagt stream da bin ich auch ganz ehrlich zurzeit ist das halt so aktuell keine böcke und dann quäle ich mich der ehrlich gesagt auch nicht zu habe ich dann kein bock drauf aktuell stream ich resident evil 2 nachdem es jetzt ja auch noch mal da müssen wir hoch nachdem ist daher das große update gab jetzt noch mal mit ray tracing lalala besseren texturen hatte ich da ich habe resident evil 2 nie wirklich durchgespielt und dann dachte ich mir so hey machst du das wo ich muss meinem schneiden finger an die tastatur bringen also wirklich dass die jetzt mal wirklich die leute ziehen die bein hier der wisp und sobald ich den ein stehe diesen blitzsturm auslöse ist auch ganz schnell habe ich jeder aggro alter jetzt ist gut hier jede menge gold aber wieder kein nut schlückchen kaffee kann man ja immer mal haben was knistert da ach da sind noch da konnten wir noch ein befreien okay dann geht es wohl hier weiter oder sieht na wir können da noch mal drüber weil der leichenkönig dürfte ruhig mehr so rangehen das einzige was sie finden ist geld oder weißes loot ganz super dann gehen wir mal hier rüber und schauen mal was wir hier werden ja hallo zusammen zur dienstag folge von titan quest mit dem mit der mod mod plus wobei ich deine ersten aufnahme in der mutters folge ehrlich gesagt nicht viel von mitbekommen habe dass ich jetzt hier technisch so irre viel getan hat das einzige was sie getan hat ist dass sie irgendwie mehr weiße teile gefunden habe das war es dann aber auch bisher ist es nicht so der bringer und ich bin einmal gestorben aus eigener dummheit das muss man dazu sagen habe ich mich mal wieder völlig überschätzt passiert schon mal ja schauen wir einfach mal einmal weiß zweimal rot das ist ja mal ein burner hallo wird kalt ne kann man da oben auch lange ich weiß es gerade nicht wir gehen erst mal hier lang ja ja habe ich da etwas weißes aufgenommen ich glaube ja dinge die die welt nicht braucht ja die tage soll ja irgendwie so ein action rollenspiel im stil von so ein bisschen mit secret vibes kommen ich weiß ich zurzeit kommen keine secret folgen aber ich habe auch aktuell keine lust irgendwie sexy stream da bin ich auch ganz ehrlich zurzeit ist das halt so aktuell keine böcke und dann quäle ich mich der ehrlich gesagt auch nicht zu habe ich dann kein bock drauf aktuell streaming resident evil 2 nachdem es jetzt ja auch noch mal da müssen wir hoch nachdem es daher das große update gab jetzt noch mal mit ray tracing lalala besseren texturen hatte ich da ich habe resident evil 2 nie wirklich durchgespielt und dann dachte ich mir so hey machst du das wo ich muss meinem schneiden finger an die tastatur bringen also wirklich dass die jetzt mal wirklich die leute ziehen die beiden hier der wisp und sobald ich den einstehe diesen blitzsturm auslöse ist auch ganz schnell habe ich jede aggro alter jetzt ist gut hier jede menge gold aber wieder kein lud schlückchen kaffee kann man ja immer mal haben was knistert da ach da sind noch da konnten wir noch ein befreien okay dann geht es wohl hier weiter oder sieht na wir können da noch mal drüber weil der leichenkönig dürfte ruhig mehr so rangehen das einzige was sie finden ist geld oder weißes loot ganz super dann gehen wir mal hier rüber und schauen mal was wir hier werden sag mal könntest du deinen kumpel dem wisp bei ihm helfen meine fresse hast du auch keinen bock drauf ne bisher auch ein könig aber ich möchte noch mal erwähnen dass du ein leichenkönig bist was jetzt nicht zwingend nicht zwingend dich nach vorne bringt gold bisher nur gold 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 man kann jetzt nicht sagen hey doch hier ist nichts weiter doch hier ist noch ein bisschen gold hier geht es weiter schrei mini an leichenkönig ich habe dich auf aggressiv gestellt also wenn du das aggressiv nennst dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht der wisp ist immer ganz vorne mit dabei ich finde also das loot ist jetzt so kein stück besser geworden da ist eine höhle können wir eigentlich gleich mal rein also habt ihr den eindruck dass das mit meinem blut besser geworden ist also bei mir nicht nach stück doch ein verarschloch soo 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 hey freunde immer auf den armen wust dabei ist ja auch leicht vorwitzig hier ist noch mal gold lalala 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 wo habe ich denn da habe ich das anormal energie krank soo So... 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 Da ist jetzt wahrscheinlich auch wieder Wahn... Oh... Ich wollte mich zuerst beschweren, aber... Na gut, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr sagt, ob ihr findet, dass das Lootartig... Oh, doch, ja. Was ist denn? Hä, warum? Worüber hätte ich mich jetzt so freuen sollen? Warum hat er... Sehr strange. Alles, Loot ist auf jeden Fall mehr geworden. Vielleicht noch nicht für uns besser, aber er zeigt auch nicht alles an, muss ich mal so sagen. Na gut, und das ist natürlich der Haken an der Geschichte. Dann gehen wir mal verticken. Äh... Was für sich rot aus. So... Komm ran hier. Halt die Fresse. Was haben wir hier? Nö, es war nett, wegen den Widerständen, können wir aber gar nicht tragen, weil wir nicht die ausreichende Stärke dafür haben. Na, super. Physische Schäden für Begleiter sind jetzt auch nicht der Burner. Was haben wir da? Dann 63 Rüstung. 16% mehr Rüstungsschutz. 8% Wahrscheinlichkeit für 99 physischer Widerstand. 99% Widerstand und physischer. 19% Feuer. Wir haben aber da. Elementarschaden. Intelligenz. Intelligenz mit T. 1. 2.